Spießroutenlauf 2 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 Ich weiß nicht, wo die ist. Ich weiß nicht, wo die ist. Ja, ihr kommt ja demnächst auch wieder auf YouTube. Oh Gott. Leckt mich am Arsch. Ich wusste da gar nichts mehr vor. Ich hab das ganz vergessen gehabt oder sonst. Jemand hat nicht mitgekriegt den. Keine Ahnung. Da kommt einer dabei. Der, der, der. Ich hab keine Lesebrille auf. Ich nenn den einfach mal... Jewebindeng. Jewebindeng. Jewebindeng ist beigetreten, ob er hier bleibt. Keine Ahnung. Da kommt der nächste. Meid boy, meid boy. What you gonna do? Hey bro, was geht ab? Hey bro, was geht ab? Das war Frau Brülli. Frau Brülli. Grüße gehen raus an Frau Brülli. Äh... Ich will kein Dings... Nein! Och ne, jetzt geht das wieder los. Nein, warum fangen wir direkt mit Moped an hier? Was ist denn das für ein Dreh? Oh, die nehme ich. Nein, ich will aber keinen. Was ist denn das für ein Anzug? Ah, hier, da, mit Gurkenhelm. Ich fange in Holland. Bestätigen. Du weißt, was war, ne? Boah, mit, 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 mit Sondenbrille hier. Du weißt, was war, ne? Alter, ab geht's. Ja, the bad boy is forever, ist dabei. Thai Gaming, okay. Brutto. Brutto. Hier ist ein bisschen Blink, ist dabei. Gabriel ist dabei. Guck nicht, irgendwo hin, da ist dabei. Karnalo und der Brutto ist dabei. Wir fahren, ich hab ein Opel ausgebildet, warum sitzt hier in den Jett? Brutto, du Arsch, vermagst du? Alter, was geht? Nein. Kann man auch schießen? Nein, kann man nicht. Brutto, wisse. Brutto, Brutto. Ach du Scheiße, durch die Röhre. Ich hoffe, die kommt keine Spirale, ey. Voll geil. Ey, mit Jura, ich fährt Brülli. Erstmal Gruß an Ariana. Das ist Brülli-tastisch. So nehmen wir auch die Folge, Brülli-tastisch. Was ist das? Ja, wie, Dussel? Weiß ich, ich kenn das nicht. Was ist denn hier? Olympia-Ringer mittendrin hier. Woher soll ich wissen, dass man da stirbt? Ich hab gedacht, ich krieg ne Medaille. Hui, nö, da fliegt nicht durch. Da meine ich mit. Vergess, Alter. Bin ich letzter? Komma! Ich will gar nicht wissen, welchen Platz Brülli ist. Komm! Oh! Nein! 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 Nee, ich bin doch ein Übersatz da! Oh! Was jetzt? Moppet! Ist das euer Ernst? Naja. Äh, besser wie... ...Fliegzeug. So, jetzt geht die Party ab. DJ Moppet gehübt. Beim Hubi. Jawoll. Könnt ihr gerne gucken, die Serie. Hubi Swayze... Äh, Party Play in GTA. Hey! Die haben ganze Spieleliste gefahren. Alter! Mit Item, mit... Nee, nicht mit Alter. Mit Item. Und mit Bremse. Äh... Wow! Geht runter. Da geht runter. Da geht... Oh! Rückwärts! Äh... War gut. Fahren wir heute mal andersrum! Und jetzt... Leckt mich fett! Ja, mein, warum nicht? Ja, schön! Ich fahr hier mal wieder ganz alleine. Wie immer! Alter, was soll denn das hier? Wow! Fast den falschen Fehler gemacht. Nu, halb, hu, hu, ping! Ja! Autobots, transformiert euch! Hey! Das geht ab! Wir rasen die ganze Nacht! Das sind doch keine, 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 keine Dingsrennen hier! Das sind Transformers Rennen hier! In dem X! Ja! Toll! Hab ich gerade einen LKW gefahren! Ja! Danke, Rockstar! Wie, wir gehen in der Scheißdösen-Turbo-Trieb hier! Aaaaaaah! Wahnsinn! Ja, macht Spaß! Wie, wie, wie flieg ich denn mit dem Scheißding? Und Runde 2! Ich komm da nicht hoch! Ich komm da nicht hoch! Wie, Runde 2! Ich fahr jetzt mal bis zur Wand! Dann bremse ich voll ab! Dann fahr ich die Wand hoch! Äh, doch nicht! Jetzt fahr ich die Wand hoch! Waaaah! Genauso! So hab ich mir das gedacht! So in der Art! Waaaah! Waaaah! Warum zünd ich denn diese Düse, ey! Ja, wo muss ich jetzt hin? Achso, geradeaus! Okay! Das kann ich! Geradeaus kann ich sehr gut! Ähä! Ich hab' ja mal Mottes! Hä?! Äh, Runde 2! Ich guck mal wo ich bin! Ja, keine Angst! Ja! Ich bin hier seit 1.000 Minuten gegen Runde 2! Ich bin hier seit 1.000 Minuten gegen Runde 2! Hehehehe! Hehehehe! Alter! Tja! Hoffentlich fällst du mal auf den Stuhl! Hehehehe! Jetzt sitzt du auf dem Fußboden! Hehehehe! Er hat noch niemals den Stuhl! Was ne arme Socke! So! Jetzt strengen wir uns mal richtig an! Wo hab ich denn das Fahrwerk draußen?! Das kann doch nicht gehen hier! Brülli will schon wieder landen, ey! Schon wieder! Der macht immer das Fahrwerk raus! Ohhhh! Ohhhh! Mir fehlt! Mir fehlt! Mir fehlt was! Hehehehe! Er hat mir das Fahrwerk mal draußen gelassen! Junge, Junge, Junge! Fährt man nicht normalerweise durch die Räuen? Was dachte immer das Fahrwerk? Ooooo, ich mach mal so! Ja! Und so! es gibt schöne schöne neue tolle videos warum auch immer jetzt kommt wieder die scheiße hier und das ist dj landen alles klar okay die party und die party geht ab geht ab und hören wir ja oder wie ist denn das du Tady direit captured. Born to be right. Born to be. Uh. Uh. Uhh. Jag know da. Uhuh Vi. Erster. Ach, dann heißt nicht Erster. Dann heißt Hacker. Ich hab noch eine halbe Runde vor mir, weißt du? Und der ist schon wieder hier im Ziel. Vor mir noch nie gespielt. Der hat doch schon... Drei Wochen halblich geübt, ey. Jetzt sehen wir doch nichts, ey. Guck mal, der fällt erst im LKW. Wuh! Was war das? In the mix. Party, people! Ah, you ready? Da kommt hinter mir irgendwas. Bulliges. Ja, hast ja toll gemacht. Das schau ich doch nicht. Ich muss das ganze Raketen-Moped-Ding da noch fahren. Ich brauch schon drei Stunden, bis ich in die Wand da wieder hochkomme. Ja, dann ist dann heute erste und letzte Folge, ne? Oh, wo will ich denn hin? Wo will ich denn hin? What? Ja. Nie beendet. Ich hab natürlich gewonnen, weil ich das noch überhaupt nicht kannte, weil ich der Bulli bin. 20.000 Dollar. Und mir kann ich leben. Na gut, Brote braucht Geld. Sei ihm heute mal gegönnt. Auch wenn das letzte Mal ist. Es hat... Sag mal, hast du... Was ist das? So ein roter Kampfanzug von E.ON? Oder was ist das? Könnte auch von Pac-Man sein. Also mir hat's gefallen. Auch wenn ich nicht ins Ziel gekommen bin. Wie die Hälfte aller Fahrer hier. The Bad Boys. Schnellste Runde. Natürlich dritter Platz. Gewonnen für mich. Die Bad Boys Forever. You are the winner. Und wir... Jo, in diesem Sinne... Äh, wir gehen freimodos, ne? Wir fahren ne Reihe nach, hier. Ja, Broto, in diesem Sinne, ne? Haust du, ne? Machst du gut. Äh... Meine... Party People... Nein, wir fahren ne Reihe nach, Mann! Schon gut. Ja! So, kannst du die machen, was du willst hier. So, in diesem Sinne, haust du, ne? Machst du gut. Ah, hab ich schon gesagt. Ach, wer lebt doch! Was, wer lebt? Hä? Hä? Ach, Frau Brülli! Äh, Frau Brülli! Äh, Frau Brülli! Machst du nicht. Frau Brülli, sag ich schon. Ja? Ein, zwei, zwei. Und ne Wunschwur. Und... Komm mal hier. Was musst du essen? Ah, ich möge mich! Oh mein Gott! Das ist kalt! Das ist kalt! Das ist kalt! MAU! MAU! Es geht schon wieder los! Hu, wie du verpasst hat! Sei im Schuld! Ja auch, sei lieb zu mir! Sei lieb zu mir! Ich kipp! Ich kipp! Ich kipp! Ich kipp! Ich kipp! Ich kipp! So! GLEITOS! 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 Gabriel, kommt auch noch rein! GLEITOS! 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 Ich hab den ganz toll lieb von der Losse hier! GLEITOS! GLEITOS! Und der Nächste kommt rein! Was los hier? Alles wieder in die Geldgeier. Wir... Und noch einer! Land... Landunter! Ne, Land... runter... Pff... Keine Ahnung. Hallo! 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 ich habe dich gar nicht du schreibst mir an unglaublich gar nicht doch was folge ich bin ich bin die jesse hi oh ja soll ich das jetzt zeigen was sie gar nicht hat sich geoutet also jesse ist frau proto wir sind doch nicht bei the walking bis der junge junge ich bin total durcheinander heute ich weiß auch nicht warum die fangen schon wieder an proto geht gleich los denn die lobby ist schon halb voll pro tor noch drei zwanzig sekunden dann ist land unter ist wieder raus hier 14 sekunden geht es los 14 sekunden jetzt los ich weiß gar nicht was wir spielen verwandlung spielschotenlauf in dem x doch ja wir starten nein doch bis morgen auf brülle sehen dankeschön und noch jemand wieder gesehen wir sind schon einige